Hallo ihr Lieben! Diesmal habe ich euch den Flughafen gespart, das Flugzeug, die Anreise, das Taxi. Ganz viel geredet, denn wir sind direkt mittendrin. Guckt mal! Heute steht nämlich wieder Let's Play Poker an und ich moderiere das wieder mit der zauberhaften Kelly, die eigentlich hier sitzt. Aber gerade ist sie an der Bar. Und jetzt ist sie da! Sie hat ein leckeres Getränk. Boah, das schmeckt so lecker. Das ist Slush-Eis. Mit Schuss. Nein, ohne Schuss. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Wir haben jetzt die Anmoderation alles schon hinter uns. Das war wie gewohnt ein wenig chaotischer Pakt. Ja klar. Denn man hat uns als Tageslicht gelassen. Ja. Und jetzt warten wir eigentlich drauf, dass endlich mal jemand ausscheidet, damit wir auch wieder was zu tun haben. Ja. Gucken wir mal. Yeah. Geil, mein neues Konzept für dieses Video ist einfach die Kamera auf nicht-wissende Leute zu halten und mal gucken, was passiert. Das sind super Schnittbilder. Los geht's! Wuhu! Oh mein Gott! Eines, du bist zum Fernsehen! Wir machen weiter mit dem lustigen Experiment. Hallo! Hallo! Können wir dir helfen? Eigentlich ist man ein Experiment. Ich halte die Kamera auf Leute und gucke, was passiert. Aber außer hallo oder oh mein Gott, sagen sie noch nichts. Das Ding ist, wir haben heute nicht so richtig gutes Wetter. Eigentlich ist das ja Sommer-LPP. Und das mit der Sommer-LPP. Ihr seht jetzt, wie gut es läuft. Bisschen kalt. Bisschen viel Regen. Aber guck mal, hier zieht das Wetter... Also der Himmel langsam auf und wir kriegen hier doch noch sowas wie Sommer. Fast. Guck mal, die TV-Tante hat eine Legria. Guck mal, da ist gerade der Upgrade im Gange. Was ist denn da? Was ist das nicht das, äh, the newest shit? Ja, guck dir das mal an. Guck dir mal qualitätstechnisch. Siehst du das? Guck mal, deine Augen. Die Rubine. Ja, hier nicht so, ne, bei mir. Ey, ich bin so stolz, dass ich die schnapp. Und jetzt muss ich schon wieder upgraden. Ab und wo kleine Stücken. Annika ist übrigens in der Beschreibung. Und wenn ihr das auf der Perspektive sehen wollt, noch mal, in schöner Legria-Sicht, weil die gibt's ja jetzt nicht mehr bei mir, dann gebt mal auf Annikas Kanal. Und wenn ihr das auch noch aus einer anderen Sicht sehen wollt, dann gebt mal auf Kellys Kanal, weil die filmt das auch gerade. Mit der gleichen Kamera. Und dann ist Kati, die, Kati macht irgendwie. Also im Endeffekt könnt ihr einfach den ganzen Tag alles von hier angucken. Genau. Aus verschiedensten Aspektiven. Ist auch viel besser als der Livestream jetzt. Also guckt doch jetzt mal live rein. Die Kelly macht ein Verlierer-Selfie. Ja. Und hier sammeln wir sozusagen, das ist das Sammelsurium der Online-Konferenz. Das Sammelsurium der Loser. Der Loser. Oh, das ist aber eine kleine. Lüvi LeFloid. Oh nein. Boah, also ich hab selten Leuten was, aber selten hab ich Leuten was persönlich genommen. Aber alter Fall. Nein. Alter Fall. Lucky Loser. Das Schöne ist, wir essen immer live irgendwas, während der Stream läuft. Also entweder Pizza oder diesmal Flammkuchen. Aber das macht halt rum nicht, wenn man hier so lange sitzt. Und alle sind am Puttern. Weißt du, ich denk die ganze Zeit, die Dame hat Interesse an mir und so. Und dann geht die Kamera dann langsam auf und so. Nur für euch zur Info, ich habe keine Interesse an dem Mann. Ich hab nur Interesse an dem Gürtel. Den gewinnt nämlich heute noch jemand. Ich bin mal gespannt wer. Im Moment schlägt Nilam sicher super gut. Und ich würde sagen Girls Power. Also ich drücke fest die Daumen, dass die Lady hier das Rennen macht. Hier wird's grad voll spannend. Ja, gern. Ja, es war aber auch Zufall. Hier bist auch auf. Spannend. Spannum. Aber das geht die ganze Zeit hin und her. Wir stehen hier mit den Konfetti-Kanonen. Und denken die ganze Zeit, jetzt knallst, jetzt knallst. Und wir so. Aber nein. Ich hab voll den Rücken angepackt. Wir kennen uns noch nicht so lange. Du hast mich angefasst. Die Waffel hat mich gefühlt. Du hast das letzte Mal Rotpilz geküsst, ey. Bitte? Du hast das letzte Mal Rotpilz geküsst. Das wär das jetzt so. Wolltest du auch küschen? Nein. Weißt du, so ne miese Nummer, ne? Darum küsst dich. Nilam. Nee. Komm her. Ach komm, jetzt geb ich dir auch einen. Jetzt? Ja, okay, komm. Du, ich hab ein bisschen Glitzer in dir. Ein Glitzer-Mädchen-Spitz, ja? Ja. Aber ich hab gehoert was. Ja, komm in unsere Mitte. Wir machen jetzt noch einen Glitzer. Was? Jetzt kommt noch gerne oder was? Ja, für uns drei. Okay. Ja, doch. Ja, doch. Ja, ja. Und? Nur für die Mädchen! Ja! Wir feiern unsere eigene Party hier. Ihr wart ja jetzt ganz toll. Übrigens, dass ihr das Spiel habt. Oh ne Scheiße. Oh ne Scheiße. So, noch ein bisschen Fischen vom Kompli-Mädchen. Alle haben sich voll lieb. Ja! Sie sind echt alle super happy hier. Das ist voll die Fashion. Alle Mädchen sind Freunde. Wir gehen jetzt an die Bar.